Geht nicht ins Licht. Wer hat Gicht? Du, du Wicht. Ekelig. Sumsen. Oh. Ey, die haben Diablo gespielt. Der Schädel war aus Diablo, 100% pro. Jetzt wird ja das Video gesperrt. Nein, ich hab Mittel und Wege. Ein Hubschraubbär. Oh, hübsch. Er hat aber was anderes geflogt. Hi, Alfa. Hi, Sir. Hi, Alter. Ich hätte ja jetzt beinahe was gesagt, aber ich verkneife mir das, voller ich dann wieder Ehrgekrieg von Henry. Oh. Na, ich sag das, wenn in der Spielpause. Wir wollen's jetzt wissen. Ja, das hast du da vorn. Warning. Halt dich fest, Sam. War bei euch auch grad der Ton weg? Nein. Naja, jetzt ist er ja wieder da. Sam ist gelandet. Der Adler ist gelandet. Was, der Adler down? Der Black Hawk down. Sam Hawk down. Ja, ist gut. Oh! Du schreit doch nicht so rum. Was? Ich hab mich umgedreht. Oh, sind unsere Aparthaare erhalten geblieben? Das ist ja schön. Naja, guck dir doch mal die Schlaftablette an. Komm mal her, Bommelfee. Bommelfee. Guck dir mal die Schlaftablette an. Stell dir mal vor, du drehst dich langsam um und dann guck dich genau das an. Ja, warte mal kurz. Ich red grad in der Third-Person-Perspektive rum. Wartet mal kurz. Ich will auch spielen. Oh, mein Auge. Mein Auge. Option, wie kann ich denn das umstellen, dass ich in Ego-Perspektive spiele? Was hast du denn wieder gemacht? Weiß ich nicht, ich spiele in Third-Person-Perspektive. Ja, du hast wieder gespielt. Ich krabbe so lange an deinen Busen. Mach das. Es wäre aber hilfreicher, wenn mir jemand sagt, wie ich das umstelle. Mach. Attention, Zeige hat. Schnell, Letterboxd. Das kommt davon, wenn man so viel experimentiert. Spieloptionen, Spieloptionen. Warte, 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 warte. Ich gehe weiter runter. Ey, da liegt ein Vorschlaghammer. Ey, da liegt ein Vorschlaghammer. Blütensteckel, Fadenkreuz, Steuerung, Fadenkreuz. Hat's weh getan, Henry? Was? Hat dir mein Papier nachher geworfen? Nein, nein, ich hab auch gehämmert. Ich glaube, ich hab dich getroffen. Da, so. So, jetzt hab ich wieder Ego-Perspektive. Ich seh' schon, die hat dir ordentlich aufgeräumt. Oh, was ist das für ein Treppenhaus? Das ist ein Horror-Treppenhaus. Warum? Weil das nie zu Ende geht. Man rett mehr im Kreis als alles andere, wa? Hallo. Hallo. Hä, wo kommst denn du her? Hallo. Wollen wir grillen? Hier liegt was. Kommt mal, liegt das auch mit dem Arsch nach oben bei euch? Bei mir liegt hier gar nichts. Bei mir liegt hier auch nichts. Oh, der Blutfleck. Ein Autoreifen liegt hier. Ja, ich hab einen Autoreifen erschlagen eben. Glaub ich jetzt sogar. Pass mal auf, gleich erschlage ich eine rotblonde Zimtzicke. So, jetzt müssen wir weitergucken. Da oben ist Rüstung. Kommt man da hin? Das hätten wir aber vorher holen sollen, ne? Yeah, du Bimbo-Huschen. Naja, ihr seid ja auch schon wieder weitergelaufen. Ich hab doch noch gelootet. Die Gegner wurden... ...beschmutzt. ...beschmutzt? Das ist heute. Beschmutzt wurden sie. Da ist ein Gegner. Komm raus! Äh! Fui, gidi! Die Viecher haben ihre Tage hier. Regelblutung Nummer 1. Erdbeerwoche. Ich hab hier lustige Sachen gefunden. Kommt mal zu mir. Ja, ein Mini-Geheimnis fehlen aus 16, ne? Wo bist denn du? Ja, hier. Bei Anruf beendet. Aha. Da hinten sehe ich die Schlaftablette. Hast du schon eine Schusswaffe? Nein. Achso, das sah so aus. Warum hebe ich meinen Hammer? Du, natürlich hat... Ach, das ist ein Bomberman hier. Aber wo seid denn ihr schon? Äh, du bist irgendwo anders, wie es aussieht. Ich dachte, du wärst das. Dabei war das ein Gegner. Hä? Ich bin einmal ums Haus gelaufen. Darf ich nicht? Warte mal, es wär günstig, wenn wir mal irgendwo stehen bleiben. Es wär günstig, wenn wir Henry finden. Nee, dann findet er uns doch. Wo bist du? Oder, Henry? Ach, da bist du. Müsst du euch. Du bist... Du bist 60... Du kommst dichter. Wenn ihr rechts guckt, da stehen noch eure Namen, ne? Da kommt er. Und da sieht man die Entfernung daneben und die Richtung. Elvis lebt! Elvis? Wir haben zwei von 17 Geheimnissen manchmal, by the way. Ja. Wir müssen noch die Geheimnisse finden. Du weißt doch, seine Tastatur. Ich sehe alles verschwommen. Das liegt am Raumschiff über uns. Ach, das Scheiß da. Das ignorieren wir. Wow, wow, wow. Ah, ich hab einen Schatz gefunden. Schon wieder? Ja. Ich weiß nicht, wo ihr schon wieder hin seid. Na, ich bin die ganze Zeit hier. Ich bin doch bei dir. Ich weiß gar nicht, was willst du. Hier ist was. Ach nee, das ist Henry. Ich hab Rüstung gefunden. Ich hab Rüstung gefunden. Ich hab Rüstung gefunden. Elvis rannte gerade durch den Boden. Ich hab Rüstung gefunden. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ah. Ich hab hier, was für dich ein Herz. Wo ist er denn jetzt? Ruhe. Hier ist er was. Ach da. Ich bin MC Hammer. Schnitzel-Schnitzel-Party. Hat einer die Zeit eigentlich gestoppt? Ja. Dass ich das noch erleben darf. Ah. Oh. Oh, Heilung. Kontenance. Oh, Waffe. Extra life. Extra life wo? Bei mir. Das klingt so nach... Double Fall. Kommt ihr mal zu mir. Hier gibt's eine Waffe. Warte, warte, warte. Ich such euch gerade. Na, Henry ist auch nicht bei mir. Da hinten hab ich einen gesehen. Da. Naja, ich versteck mich. Dann seht ihr mich nicht. Wie bückt man sich hier? Da. Ich kann dich beschießen. Gut. Ah. Ich hab eine Pistole. Da hat einer Bauchschmerzen. Oh. Explosiven Magendurchfall. Oh. Wo denn? Da. Boah. Ich hab einen Schatz gefunden. Ich seh grad, du lässt dich gern besudeln. Ich hab ein Auge. Das ist aber schön. Ich hab zwei. Ja. Hätte keiner gedacht, dass du jeweils immer zwei Augen hast. Also, das ist wirklich... Oh, ich seh schon wieder einen Schatz. Rüstung. Oh Gott, wo bist du denn? Na, ich war an ihn. Na, ihr seid schon wieder zu weit gelaufen. Müssen wir die Schätze eigentlich gemeinsam sammeln? Keine Ahnung. Nein, einer reicht, glaube ich. Na, dann haben wir unseren Schatzjäger ja gefunden. Munition wär mal nicht schlecht. Nicht hier irgendwo welche? Ach, ist die begrenzt? Weiß ich nicht. Ich hab nur mal vermutet. Wollte ich hier andauernd schieße. Da war Gesundheit. Whiii. Oh, ich komm nicht übers Auto. Nochmal Gesundheit. Na, das ist ziemlich schön, was wir schnell laufen. Wenn wir laufen. Das ist Adrenalin, was wir die ganze Zeit schlucken, diese kleinen Pillen-Dinger. Die erhöhen auch unsere Dingens. Sonst hast du ja nur 100. Guck mal neben dem Herz. Da steht bei mir zum Beispiel 113. Ich dachte, irgendwo kommt hier was auf und zu. Ach, da oben. Oh, das war eine wundervolle Spawn-Animation. Du Chirocco-Patient. Nein. Kann ich dich wiederverleben? Nee, man spawnt gleich wieder. Man hat bloß drei Leben. Gar nicht wahr. Stand hier gerade. Du hast noch zwei Leben. Ja. Bei dir mag das ja anders geregelt sein. Ich weiß es nicht. Ich hab noch kein Koop gespielt, also dieses Spiel. Ah, die Fässer gehen hoch. Hübsch. Hier war doch was. Nein. Hier war nix. Wir hätten hier so geraschelt. Das war nicht. Hier hat irgendwas zu geraschelt. Ah, Tür. Ah, fast. Ah, Wand. Ah, Müllbeutel. Da hast du irgendwas zu geraschelt. Wer findet andauernd extra Leben? Ich hab eins gewonnen. Das war Rico jetzt diesmal. Ich hab's auch gesehen. Gesundheit ist voll. Watch your six. That place is probably full of Aliens. It's about to be full of dead Aliens. Denk dran, wir müssen hier die Sachen finden, Rico. Welche Sachen? Na, die wir letztes Mal beim Testen nicht gefunden haben. Ach so. Das kriegen wir eher gern mit Henrik, also mit der Schlaftablette. Wieso, die schläft doch schon. Schießt euch doch selber ab hier mit so'n Dingern hier. Wer macht denn sowas? Ach, da stand einer neben mir. Von wegen. Und warum wird der Grün angezeigt? Ja, weil du... Beschiss. Du hast ein Bündnis mit ihm. Gesundheit ist voll. Schatz, 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 Schatz. Aber Gesundheit. Da sind Gegner. Oh. Lauf mir nicht in die Schusslinie. Oh. Wow. Oh, fuck, ey. Und wenn du das so ummach, dann... Au, dann spawnen welche rein. Ey. Was macht ihr denn hier? Pui. Ich war das zweite Mal down. Ja, ich hab's gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht spawnt man denn danach weiter weg. Ich bin schon wieder bei euch. Nein, wenn man die drei Leben verbraucht hat. Ach so. Ich hab keine Ahnung. Boah. Ich bin down. Wow. Du musst in Bewegung bleiben. Da denkst du, was ich mach? Stehen. In der Nase bohren und Eier schaukeln? Da hast du ja keine. Da wird man nicht frech. Rüstung. 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 Was? Drücke Rüstung. Ich sollte irgendwas drücken, um Nessica abzufeuern oder irgendwas? Äh, nicht im Sitzen in die Hose. Ja, ich seh das Ding hier auch. Lass uns erstmal alles belupen. Ja, zum kacken Knie beugen. Ich weiß. Zum kacken Knie beugen. Wo ist die Schlaftablette? Bei mir irgendwo, glaube ich. Die ist da hinten irgendwo. Ah ne, jetzt bist du. Ganz elegant im Vorbeigehen. Denk dran, hier kommen die Knochenmänner. Gleich hier oben. Wieso hast du abgenommen? Ja. Komm doch, komm doch. Ja. Ja, ja. Großes Maul hat er ja. Aua. Guck mal, ich hab so einen Diablo-Schädel in der Hand. Und schon wieder hab ich einen Schädel in der Hand. So, haben wir hier noch irgendwas Schönes übersehen? Was war das jetzt? Ja, weiß ich, dass es da reingeht. Das ist wieder einmal durch die Tür gelaufen. Ja, doch nicht immer gleich reinlaufen irgendwo. Ich weiß doch nicht, dass es da durchgeht. Wir haben eine Folge um. Echt? Ja. Dann mach doch eine Pause. Bis das nächste Mal. Ciao, ciao. Haben wir uns eigentlich begrüßt? Ne, haben wir auch nicht. Tschüss, tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.